Assembler-Befehle wie IJVM Integer Java Virtual Machine werden in ausführbare Bits für CPUs übersetzt. Diese ausführbaren Bits werden als Mikroinstruktionen bezeichnet. Die Befehle in Assembler-Sprache sind in diesem Kontext Makroinstruktionen. Beides sind unterschiedlich lange binäre Befehle. Ein Instruction Set, IS, zu deutsch Befehlssatz, ist erstmal nur eine Gruppe von Instruktionen. Wird zu Befehlssatz das Wort Architektur ergänzt, dann ist in Betriebssystemen und Rechnerarchitektur die ISA gemeint, die auf menschlich halbwegs verständliche Weise aufzeigt, wozu Prozessoren in der Lage sind, als auch wie dies erledigt wird durch unmittelbar beteiligte Komponenten. Verschiedene Computerprozessoren können fast gleiche Befehlssätze verwenden und dennoch ein sehr unterschiedliches internes Design aufweisen. Sowohl der Intel Pentium als auch der AMD Athlon Prozessor verwenden nahezu denselben x86 Befehlssatz, obwohl Pentiums 1-4 Kerne und Athlons 2-8 Kerne besitzen. Athlons sind einfacher zu übertakten, Pentiums besitzen durchschnittlich größere Cache-Speicher, sind daher auch teurer in der Regel. In diesem Video geht es jedoch nicht um die x86 Architektur, sondern um die IJVM Befehlssatz Architektur. Der IJVM Befehlssatz ist dem Java Virtual Machine Befehlssatz sehr ähnlich, jedoch nicht von Oracle, sondern zu Lernzwecken von Andrew Tannenbaum im Buch Structured Computer Organization für die ebenfalls in seinem Buch beschriebene MiG-1 CPU Architektur entwickelt, mit dem JVM Befehlssatz als Vorbild. Mikroinstruktionen für die MiG-1 CPU Architektur sind 36 Bit lang und können in einen Bereich für die Speicheradresse der nächsten Instruktion und einen Bereich mit Steuerbefehlen aufgeteilt werden. Die Bits dienen als binäre Befehle direkt an die entsprechenden CPU Komponenten. IJVM Anweisungen, die als MiG-1 Mikroinstruktionen interpretiert werden, sind deutlich kürzer und einfacher zu schreiben. Diese Anweisungen werden üblicherweise als Bytes in Hexadezimalform oder mit den verständlicheren M-Mnemonics, Kürzeln, dargestellt. Für das Erklären der IJVM Instruktionen ist es essentiell, den Speicher der IJVM Architektur zu besprechen. Operationen werden prinzipiell auf einem Stack ausgeführt. Viele Anweisungen legen entweder Daten auf den Stack oder heben diese vom Stack ab. 4 GB Speicher stehen für die IJVM Architektur zur Verfügung. Diese werden in 4 Bereiche aufgeteilt. Einer für den gerade besprochenen Stack, einen Bereich für lokale Variablen, für Konstante und einen Bereich für Methoden. Der Speicher wird nur teils direkt adressiert und zum anderen Teil über Referenzen, die in den CPU-Registern stehen und auf eine bestimmte Speicheradresse zeigen. Auch Pointer oder Zeiger genannt. Die Speicheraufteilung hat Direktbezug zu verschiedenen IJVM-Operationen, die als nächstes besprochen werden. Diese Auflistung aller Befehle ist für eine Programmiersprache sehr kurz. Es handelt sich um genau 20 Schlüsselwörter bei dem IJVM-Befehlssatz. Links ist die Auflistung aus der Fachlektüre zu sehen. Diese Anweisungen sind alphabetisch sortiert. Nicht die beste Sortierung für Lernzwecke sei angemerkt. Jedoch so auch in Klausuren im Anhang oft zu finden. Für einen besseren Überblick gibt es verschiedene Unterscheidungsmerkmale. Alle Befehle, die eine Push-Operation ausführen, also Daten auf dem Stack ablegen, sind hier gelb gekennzeichnet. Populäre Kandidaten sind vor allem B-Push und I-Load. Das Gegenstück sind die Anweisungen zum Abheben von Daten, die lila markiert sind. Bei genauer Betrachtung lässt sich feststellen, viele Anweisungen führen sowohl einen Pop als auch einen Push aus. Drei Standard-Operationen sind DUP, POP und SWAP für das Kopieren, Löschen und Tauschen von Daten auf dem Stack. Rund die Hälfte der Operationen verwendet Operanten. Es gibt fünf verschiedene Operanten. Byte, Label, Variable, Konstante und Methode. Die Benahmung macht den Bezug zum Speicher klar, denn dies sind genau die Arten von Operanten, die kurz zuvor in der Speicherorganisation zu sehen waren. Das Label wird für Sprunganweisungen benötigt. Das Byte ist immer ein Byte, da gibt es nicht sehr viel mehr zu sagen. Variable und Konstante sind beides Referenzen auf Werte im Speicher. Methoden, für die es nur eine Anweisung gibt, zeigen auf den Methodenbereich. Dort stehen weitere Details zur Methode, wie die Anzahl der Parameter und die Speicheradresse der ersten Methodenanweisung. Alle Operanten werden im Byte-Code mit 8 oder 16 Bit dargestellt. Am besten ist das zu merken, indem man sich klar macht, dass nur Variablen und Bytes mit 8 Bit dargestellt werden. Alle weiteren Operanten benötigen 16 Bit oder 4 Hexadezimalzeichen. In der Fachlektüre dient als Bezeichnung für Labels der Offset und für Variablen Varnum. Byte und Konstant sind dasselbe. In der Tabelle ist Obcode mit den folgenden Bytes dargestellt. Somit benötigen verschiedene Befehle einschließlich Operanten jeweils 2, 4 oder 6 Hexadezimalzeichen. Bei Klausuren wird der IJVM-Hex-Byte-Code meist in einer Spalte angegeben, wie hier links zu sehen. Besser lesbar wird der Code, wenn jede Anweisung in einer Zeile steht und auch einfacher in die Kürzelschreibweise zu übersetzen. Um einen noch besseren Überblick für die Operationen des IJVM-Befehlssatz zu bekommen, sind hier alle Instruktionen nach Funktionalität sortiert. Für Methoden gibt es zwei Operationen, eine für den Aufruf und eine für das Zurückkehren von der Methode. Arithmetische und logische Befehle sind hoffentlich relativ selbsterklärend, genau wie die Kontrollverzweigungsbefehle, mit denen wir If-Else-Verzweigungen oder Schleifen implementieren können. Die restlichen Anweisungen sind vorherrschend für das Arbeiten mit dem Stack und Interaktion mit dem Speicher. Für dieses Beispiel aus der Fachlektüre habe ich erstmal wieder alle Anweisungen in einzelne Spalten übertragen. Zugegeben, in einer Prüfungssituation hat man diesen Luxus zeitlich wohl nicht. Dann lässt sich der Code auch einfacher in die jeweils Opcode-Kürzel übersetzen. Mit dem übersetzten IJVM-Code kann das Programm weiter analysiert werden. Zuerst werden mit der I-Load-Anweisung die lokalen Variablen an den Wortadressen A2 und A3 auf den Stack geladen. I-Add nimmt die beiden obersten Wörter vom Stack und legt die Summe 3 zurück. I-Store 1 speichert den obersten Wert des Stacks an der Adresse 1. Anschließend wird der Wert zurück auf den Stack geladen mit I-Load1 und eine 3 mit B-Push obendrauf gelegt. If I compare equal nimmt die beiden obersten Elemente vom Stack und vergleicht diese. Falls diese gleich sind, wird ein Sprung mit dem Dezimalwert 13 ausgeführt. Der Ausgangspunkt ist dabei stets die aktuelle Anweisung. Am Byte-Code kann der 13-byte-lange Sprung am besten abgezählt werden und bei gleichen Elementen wäre die nächste Anweisung zum Ausführen das B-Push in Zeile 12. Der restliche Code enthält bereits erklärte Anweisungen bis auf ISub. Zusammengefasst werden zum Beginn zwei Variablen auf den Stack geladen, addiert und das Ergebnis in einer Variablen gespeichert und neu auf den Stack geladen. Falls die Summe gleich 3 ist, wird der Code einschließlich Zeile 11 übersprungen und die Variable an Adresse 3 auf 0 gesetzt. Falls die Summe ungleich 3 ist, in Zeile 6, wird mit der nächsten Anweisung fortgefahren, die Variable an Adresse 2 um 1 reduziert und die letzten beiden Codezeilen 12 und 13 übersprungen. Gutes Üben und viel Erfolg bei den Klausuren!